Hallo und seid mir ganz herzlich willkommen ihr Lieben. Heute gibt es das erste Review. Ich hatte es ja bereits angekündigt, dass ich einige der Gäste, die bereits zum Interview da waren, so etwa ein Jahr nachdem sie bei mir waren, nochmal einladen werde, einfach um zu gucken, wie ist es denn den Leuten gegangen, wie haben sich die Kanäle entwickelt, welche Erfahrungen hat man so auf YouTube gemacht. Und da habe ich mir heute die Frau eingeladen, die auch den Interview reigen, eröffnet hat, die so mutig war, ohne zu ahnen, was auf sie zukommt, sich auf mein Plaudersofa zu setzen. Das war damals am 19.01.2013 und Kenner meiner Serie werden es natürlich wissen, es war Dat Naschi. Einen wunderschönen guten Abend, Naschi. Hallöchen Jolina. Mir ganz herzliche Grüße und hab herzlichen Dank, dass du auch hier den Reigen eröffnest. Ah ja, super gerne. Super, super gerne. Du, bevor wir jetzt so richtig ins Gespräch einsteigen, ich bin ein bisschen in einem Dilemma. Pass auf, ich weiß, dass du an dem Tag, an dem das Video online gehen wird, Geburtstag haben wirst. Ja, das stimmt. Jetzt ist es ja aber blöde, weil wir nehmen ja heute auf, also am 27.01., du hast noch nicht Geburtstag. Nee. Das heißt, ich kann dir jetzt noch nicht gratulieren, weil das bringt Pech, ne? Richtig. Okay, wärst du damit einverstanden, wenn ich am 1. Januar, bevor ich, am 1. Februar, bevor ich dieses Interview hochlade, ein Ständchen noch reinschneide? Ach ja, klar. Okay, dann kriegst du noch ein Geburtstagsständchen. Ach, wie schön. Jetzt freue ich mich ja doppelt auf das Interview. Du kriegst ein Geburtstagsständchen. Dann werde ich singen. Ich singe nicht schön, aber leidenschaftlich. Ach, was. Schön singen können ja viele, ne? Ja, das stimmt. Mir fehlt dann die Leidenschaft, ne? Richtig, richtig. Also nur Technik ist ja jetzt nicht, ne? Herz muss dahinter sein. Richtig, genau. Das ist ja auch das, was die Leute dann immer so ergreift, wenn dann so Leute wie der Paul Potts auftauchen oder diese Sängerin, ne? Weil das ist das, wo man es nicht erwartet und plötzlich kommt da sowas raus. Ja. Genau, so werde ich singen für dich. Ja, bitte. Wunderbar, so. Jetzt muss ich ein Versprechen halten, ich singe wie Paul Potts. Na, da habe ich mich jetzt ganz schön in die Scheiße geredet. Und alles nur wegen mir. Alles nur wegen dir. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Nashi. Happy Birthday to you. Nashi. Ja. Du begleitest mich mit meinem, eigentlich ja schon mein ganzes YouTube-Dasein. Tatsächlich? Ja, ja, doch, wirklich. Weil du hast deinen Kanal, deinen Kanal ungefähr zur gleichen Zeit eröffnet wie ich. Ja, das stimmt. Und ich habe dich schon relativ kurz drauf, sind wir irgendwie uns gegenseitig über den Weg gelaufen und seitdem verfolge ich ja deinen Kanal auch sehr, sehr aufmerksam. Ja, wir stalken uns gegenseitig. Wir stalken uns gegenseitig. Richtig, genau. So, und jetzt pass auf. Jetzt habe ich in dem Jahr des Stalken seit dem letzten Interview, damals musstest du ja auch relativ viele Let's Player Begriffe erklären. Kannst du dich noch erinnern? Oh ja, ich erinnere mich. Ach du, du Arme, da habe ich dich wirklich gequält. Ach. Das werden wir diesmal nicht tun. Also du musst keine großen Begriffe erklären. Oh, wunderbar. Wenn wir aber jetzt mal das Jahr, das jetzt vergangen ist, weil es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir das Interview hatten, deinen Kanal angucken, hat sich da unglaublich viel getan. Mhm. Jetzt wollte ich einfach mal so von dir hören, im Vergleich zu damals, wie siehst du deinen Kanal heute und vor allen Dingen, wie hast du dieses Jahr auf YouTube erlebt? Oh Gott, wie sehe ich meinen Kanal? Da hat sich in letzter Zeit unglaublich viel geändert. Du hast da viel rumgebastelt. Ja, ja, ich war in der letzten Zeit ein bisschen unruhig auf meinem Kanal und weil ich irgendwie ein Konzept wollte für mich selber, um mich da besser zu strukturieren, komme ich gleich zu. Das war schön das letzte Mal Zauberwort. Und ja, deswegen hat sich in den letzten, ich glaube, drei oder vier Monaten unheimlich oft auch das Kanal-Banner geändert und ich habe dann da irgendwelches Rumgewurschtel betrieben. Aber jetzt habe ich mein Konzept und da bin ich sehr zufrieden mit. Ja, das hat sich für mich selber mit dem Kanal geändert. Ich habe ja angefangen mit einem Adventure, so einem Point-and-Click-Adventure und habe da auch den Nachfolger von gespielt und den ganzen Krempel fand das auch eigentlich total super. Habe am Anfang aber auch die Motivation gehabt, das quasi live mit meinen Abonnenten zu spielen. Also ich lade eine Folge hoch, gucke, welche Kommentare kommen und spiele dann erst die nächste Folge wieder ein und habe mich da unglaublich verzettelt. Ich habe das ja beim letzten Mal oder vor einem Jahr schon mal erzählt. Ich habe dann teilweise morgens um vier hier gesessen, nachdem ich ja die Kommentare gelesen habe und habe dann die nächste Folge aufgenommen. Total bescheuert. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Also ich produziere jetzt, wie die meisten das wahrscheinlich tun, auch Tage im Voraus schon vor und lade das dann einfach hoch mit geplant und veröffentliche das dann. Am Anfang fand ich das total wichtig, das zu machen. Mittlerweile habe ich eingesehen, dass es totaler Blödsinn ist. Obwohl ich das immer noch schön fände, wenn das funktionieren würde, sowas eins zu eins zu spielen. Aber es ist ja fast nicht machbar. Da bräuchtest du wirklich, da müsstest du komplett frei sein in der Zeit. Ja, genau. Du dürftest eigentlich nichts anderes um die Ohren haben, damit du das einigermaßen timen kannst. Ja, genau. Und ich weiß auch noch, ich habe beim letzten Mal noch ganz großkotzig erzählt, dass es auf meinem Kanal kein großes MMO-Format geben wird. Ja, das ist richtig. Da haben wir nämlich noch drüber gesprochen, das weiß ich. Ja, da habe ich auch auf meiner Liste die Frage. Ja, das hat sich jetzt grundlegend geändert. Ich habe jetzt meinen Schwerpunkt wieder auf MMOs und RPGs gelegt und fühle mich da auch sehr, sehr zu Hause gerade. Wie kam es zu der Wandlung, dass du dich jetzt doch für die MMOs und die RPGs entschieden hast? Ganz kurz vielleicht für die Zuhörer, die das alte Interview nicht kennen. Naschi hatte damals gesagt, dass MMOs zeitlich zu aufwendig sind für sie. Das war so die Quintessenz dessen, was du gesagt hast. Ja, genau. Und wie kam es jetzt, dass du dennoch MMOs machst? Bist du mit deinem Zeitmanagement mittlerweile gekonnt oder? Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, das ein bisschen besser zu koordinieren. Ich möchte jetzt tief stapeln. Damit du nicht drauf festgenagelt wirst. Okay. Also klar, am Anfang hatte ich auch einfach das Problem, ich wohne ja hier in meiner Wohnung nicht alleine und da muss man das dann halt auch versuchen zu koordinieren, weil mein ganzes Aufnahmeequip und so steht ja auch im Wohnzimmer. Und der Rechner meines Mannes steht direkt daneben und dem jetzt irgendwie, ich sag mal, drei Abende in der Woche zu sagen, das ist total schön, dass du was zocken möchtest, aber du kannst da mal ins Schlafzimmer gehen und Fernsehen gucken. Ist natürlich jetzt einfach nicht machbar auf die Dauer, aber wir haben das jetzt umgebaut, das heißt er hat auch einen Rechner drüben in einem anderen Zimmer und kann dann da wirkeln und walten und mich dann hier auch öfter in Ruhe aufnehmen lassen. Das klingt immer so, als wollte ich meine Ruhe vor ihm, das stimmt natürlich nicht, aber ich habe dann hier einfach mehr Ressourcen momentan zur Verfügung, um auch Let's Plays zu machen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben die MMOs auch immer gefehlt und ich möchte das auch einfach gerne teilen. Also MMOs sind für mich schon ganz, ganz lange, also seit Ultima Online, das ist ja irgendwie 1999 oder 1998 gewesen, einfach ein Spielgenre, das mich die ganze Zeit begleitet hat, für das ich ganz viel Herz übrig habe und ja, das gehört einfach mit auf meinen Kanal, weil das zu mir gehört. Und ich habe mich zwar geweigert am Anfang, habe gesagt, nein, ich mache das nicht mehr, ich schaffe das nicht und habe es ja zwischendurch auch schon mal versucht und dann gemerkt, ich schaffe es tatsächlich nicht. Stimmt, das war so im Sommer, da hattest du schon mal mit World of Warcraft angefangen und mit diesen kleinen noch reingeschaut oder so. Und war dann auch sehr gefrustet, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich das gerne wollte, aber jetzt läuft das. Da bin ich auch sehr froh drüber. Du sagst ja von World of Warcraft hast du ja, ich glaube, das war in irgendeinem Infovideo, sagst du ja auch oder hast du, das war sogar im letzten Interview, mit World of Warcraft hast du eine lange komplizierte Beziehung. Ja, eine richtige On-Off-Beziehung und die eine richtige Hassliebe ist. Ja. Wie soll ich das jetzt erklären? Ich wollte gerade fragen. Ja, ich habe damals zu Classic angefangen mit WoW, also ganz am Anfang, als es rauskam und da war ich halt so ein Casual-Gamer, da hatte ich von nichts Ahnung, da habe ich da halt so vor mich hingequestet. Und dann kam das erste Add-On raus, da bin ich dann in Raid-Gilden gekommen und habe dann irgendwie zwei, dreimal die Woche geradet und jetzt randaliert meine Katze im Hintergrund, das kennen übrigens auch alle Leute von mir. Ja, das ist richtig. Wobei deine Tochter hört man nie, witzigerweise. Ja. Die Katze schon. Ja, ja, die. Meine Tochter schläft dann Gott sei Dank immer, tatsächlich, wenn ich dann anfange aufzunehmen, aber die Katzen halt nicht, ne? Ja. Ja. Wo war ich jetzt? Achso, ja, ich habe dann zum ersten Add-On richtig doll geradelt und das nächste Add-On gefiel mir dann schon nicht mehr so gut, da habe ich dann schon mal den Account gekündigt, habe den Brach liegen lassen, habe dann aber doch wieder angefangen. Und seit Cataclysm, jetzt muss ich überlegen, ist das richtig? Ja, zu Cataclysm habe ich eigentlich schon gesagt, das Add-On kaufe ich nicht. Das weiß ich nicht, das interessiert mich eigentlich nicht und ich habe auch gar keine Zeit mehr. Und dann steht das halt im Regal in irgendeinem Laden und dann drücke ich mir da doch wieder die Nase dran platt und dann kaufe ich es doch und dann ist doch wieder der Account reaktiviert und dann spiele ich doch wieder, nur um es dann, ich weiß nicht, drei oder vier Monate später wieder zu deaktivieren und von der Festplatte zu löschen. So nach dem Motto, nein, und wenn es weg ist, dann spiele ich es auch nicht mehr und ich fange trotzdem immer wieder an. Und mit dem letzten Add-On war es dasselbe. Habe ich auch gesagt, kaufe ich nicht. Stimmt, das hast du sogar in irgendeinem Infovideo gesagt. Ja, und eine Woche später habe ich dann doch im Laden gestanden und habe es gekauft, weil ich so doof war und mir dann noch einen Stream angeguckt habe von jemandem und dann hatte der da so viel Spaß, habe ich gedacht, boah, der hat da so viel Spaß und habe mich dann voll anstecken lassen. Irgendwie ist es, ich habe das auch letztens versucht in einer Folge von einem Let's Play von mir zu erklären mit WoW, ich bin da irgendwie groß geworden. Also ich habe das von Anfang an gespielt und ich finde die Warcraft-Lore, also diese ganze Geschichte drumherum ist so unglaublich toll und irgendwie will man ja doch immer wissen, wie es weitergeht und deswegen kauft man sich auch immer wieder ein Add-On. Das ist, ja, angefixt und nicht von weggekommen. Okay, und deshalb diese Hassliebe. Ja, also manchmal nervt mich dann schon total, dass ich denke, Mann, du hast jetzt hundertmal gesagt, du kaufst da nichts mehr und der Account bleibt zu und dann tust du es trotzdem wieder. Muss dich ja auch hier dafür total bescheuert und unglaubwürdig halten, aber ich stehe dazu. Ich glaube auch, dass das Sinn macht, weißt du, manchmal braucht es so ein bisschen, bis man sich da mit dem, wo es für einen wirklich passt, gefunden hat. Insbesondere, weil man ja auch von den einen oder anderen Zwängen auch umgeben ist. Also zum Beispiel, ich denke, was auch hilft, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, wird deine Kurze, also die Tochter, die ist 20 Monate alt momentan gerade, für alle, die da draußen zuhören und das nicht wissen, die wird ja jetzt demnächst dann auch so ein bisschen mehr außerhäusig sein. Das heißt, da findest du dann auch mehr Zeit und ich glaube dann, wenn man das, wenn man eine Weile rumprobiert hat, findet man eher so seine Linie. Ja. Und das braucht so manchmal ein bisschen Zeit, also deswegen finde ich ein wenig Wankelmut auf den Weg zur Entwicklung dahin, wo man hin will, eigentlich gar nicht schlimm. Nee, finde ich auch nicht schlimm. Also man wird ja oft missverstanden, das finde ich das Schlimme daran. Ja gut, okay, das stimmt natürlich. Also mein Motto ist immer, ne, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ja, Führer. Und von daher, also für mich persönlich ist das auch gar nicht schlimm. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen chaotisch und ich kriege manchmal auch nicht irgendwie alles so hin, wie andere Leute das gerne hätten. Aber das bin halt einfach ich und ja, mich gibt's nicht anders. Dich gibt's nicht anders, schön gesagt. Ja. Schön gesagt, das ist ja auch das, was, du hast es glaube ich auf einer deinen, irgendwo auf Ask, FM, hast du mal geschrieben, dass du nicht sehr auf Perfektionismus stehst. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde genau das, genau das macht die ganze Geschichte so sympathisch. Du hast eine Entwicklung, man sieht genau, wo du hin willst mittlerweile auf dem Kanal. Also wir müssen nachher mal ganz kurz so über diese Phasen vielleicht sprechen, die man so in YouTube hat. Können wir machen, ja. Weil da gibt's, jeder erlebt's ein bisschen anders, aber es gibt natürlich Phasen, weil man sich ja einfach entwickelt. Und im Augenblick habe ich wirklich den Eindruck, du bist echt wo angekommen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ne, also zum Beispiel auch, du hattest ja bislang deinen Kanal, deine Kanalüberschrift war ja Dat Nashi und dann Spielekind. Mhm. Ähm. Und jetzt bist du wieder das Zockerweibchen on Tour, was ja auch schon eine längere Geschichte hat. Ja, genau. Insofern finde ich das schön, du gehst mit den, mit World of Warcraft, Back to the Roots und mit deinem Namen auch wieder. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, ich fühle mich da jetzt auch, ja, zu Hause wieder. Das, äh, kann ich gar nicht so richtig, ja, ist wie nach Hause kommen. Kann ich gar keine andere Beschreibung für finden. Ja. Fühlt sich einfach richtig und auch echt an und das ist die Hauptsache für mich. Ja, genau so kommt es auch an. Also, ich habe dich jetzt in letzter Zeit verstärkt gestalkt. Ach so. Auf Vorbereitung, auf das Review. Ich stocke dich ja immer, aber jetzt war es ein bisschen verstärkter. Und das ist so, das hat so was Befreites im Vergleich zu früher. Ich kann es nicht beschreiben, also. Also, ich weiß, was du meinst, aber ich könnte es jetzt auch nicht in Worte fassen. Wollen wir uns mal über deine YouTube-Phasen unterhalten, Nashi? Ja, gerne. Die du da so mitgemacht hast. Mhm. Magst du kurz drüber nachdenken, welche du da aufgemacht hast? Nee, ich weiß, welche Phasen ich durchgemacht habe. Dann lass uns doch Anteile haben. Also, angefangen habe ich ja, damals mit Let's Plays habe ich ja auch im ersten Interview erzählt, um Spiele endlich mal durchzuspielen. Fand ich einen irre Grund. Ja. Fand ich echt, weil ich ja wirklich immer alles angefangen habe und nichts zu Ende gespielt habe und mich im Endeffekt immer nur darüber geärgert habe, wie viele Games ich hier rumstehen habe, wo ich nie das Ende gesehen habe. So. Und dann bin ich irgendwann über Let's Plays gestolpert und habe gedacht, okay, das mache ich jetzt auch, weil wenn es dann mindestens einer guckt, ja, da muss ich für den einen auch mindestens zu Ende spielen, weil das wäre ja sonst echt total bescheuert. Also, ich habe mich da einfach selber mit unter Druck gesetzt mit den Let's Plays. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, als dann so, ich sage jetzt mal, die ersten 50 Abos, ich weiß nicht, ob es direkt bei 50 war oder so oder früher oder später, habe ich dann gedacht so, hm. Erst habe ich mich dann total, also erst habe ich mich gewundert, die Leute abonnieren mich tatsächlich. Warum eigentlich? Ich glaube, das ist so dieser typische, ich weiß gar nicht, warum die mich gut finden, Trip, den man dann hat. Ja, kenne ich. Der schlägt dann ab einer gewissen View und Abozahl um in, ach so schlecht bin ich gar nicht. Ja, dann kriegt man so den ersten kleinen Höhenflug, der hält aber nicht lange. Und dann läuft das so vor sich hin und man denkt sich so, ach ja, ich scheine ja hier doch einiges richtig zu machen. Und dann kommt irgendwann dieser Zeitpunkt, wo sich über Nacht so ein Hebel umlegt und man denkt, jetzt will ich es wissen. Und dann versucht man irgendwie sich zu überlegen, okay, wie könnte ich jetzt vielleicht mehr Abonnenten bekommen oder mehr Views, muss ich irgendwie ein Kanalkonzept ändern oder soll ich, ich weiß es nicht, mit Facecam spielen. Und dann hat man so tausend Sachen im Kopf und eigentlich blockiert man dann total, weil man für das eigentliche Let's Playen dann nicht mehr frei ist. Das wäre jetzt die nächste Frage, ist man sich da noch nah oder ist man da erstmal so irgendwie in eine Bahn? Man ist dann, eigentlich ist man dann total wahnhaft und fängt dann an, bei anderen zu gucken, was machen die denn so, was hat bei denen Erfolg. Dann überlegt man sich, kann ich das auch? Dann versucht man vielleicht zu Hause mal was anders einzuüben. Du meinst ein Kommentarstil? Ja, dann versucht man vielleicht nochmal irgendwie eine lustige Stimme nachzumachen oder so. Also irgendwie total, also ich habe ja auch mit anderen Leuten schon darüber gesprochen, die haben alle diese Phasen, also diese eine Phase. Ich hatte die auch. Ja, ja, ich weiß, ich habe es gehört, du hattest da ja schon mal ganz ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube in deinem, ja. Im Geburtstagsvideo, ja. Ja, genau. Und da ist es ein bisschen schwierig, sich da selbst draus zu befreien. Der eine braucht da länger für, der andere nicht so lange. Ich bin da so ein bisschen drin festgebacken. So nachträglich, was glaubst du, wie lange warst du da drin gebacken? Also bestimmt zwei Monate. Okay. Dass ich also immer wieder so dachte, hm, hm, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da unzufrieden mit. Und dann guckt man dreimal am Tag auf die bescheuerten Statistiken. Ich meine, die ändern sich nicht. Die werden ja irgendwie nur alle 24 Stunden aktualisiert. Und trotzdem denkt man dann jedes Mal, ich muss jetzt nochmal gucken. Und als die Phase vorbei war und ich mir, ich habe das ja auch mal erzählt, ich hatte dann ja auch die Überlegung, gehe ich in ein Netzwerk oder nicht? Und habe dann gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich das momentan einfach auch gar nicht kann. Also ich kann nicht in ein Netzwerk gehen und denen versprechen, ich mache so und so viele Klicks im Monat, weil im Moment weiß ich nicht, ob ich mich selbst am Kopf oder am Arsch habe. Das war, glaube ich, zu der Zeit, wo du die erste, die erste Staffel World of Warcraft hattest, ne? Genau. Und, ähm, da war ich wirklich mehrfach kurz davor, den Kanal einfach zuzumachen. Also kommentarlos einfach zu, weil mich das einfach, mich hat das rammdösig gemacht, dass ich meine eigenen Denkmuster da nicht durchbrechen konnte. Und dann irgendwann war es einfach wieder vorbei, wie über Nacht. Morgens aufgestanden, waren, war weg. Gab es eine Auslöse oder war das denn einfach irgendwie abgehandelt? Ich glaube, mein Unterbewusstsein hat das einfach irgendwann für mich gelöst, ohne mich da aktiv dran zu beteiligen, weil die sich gedacht haben, okay, das Bewusstsein spinnt gerade so rum, wir machen das jetzt ja ohne dich. Ich weiß nicht warum, also es war dann halt einfach irgendwann weg. Und hast du da irgendeine Erkenntnis gehabt oder war einfach weg? Ich glaube, die Erkenntnis war tatsächlich, ich bin gerade nicht frei im Kopf und das ist für mich nicht gut und das macht mir auch keinen Spaß mehr dann beim Let's Playen. Weil das war dann so dieses so, ja, ich mache jetzt Let's Plays und bla, aber ich hatte nicht mehr so das Gefühl, ich rede so frei von der Leber weg, wie ich das sonst immer getan habe. Ich hatte so das Gefühl, ich denke ein bisschen zu viel nach, während ich kommentiere. Okay, wir hatten ja ganz kurz im ersten Interview und eigentlich hört man das in jedem Interview, stelle ich die Frage und alle sagen, dass es eins der wichtigsten Dinge überhaupt ist, das ist dieses Stichwort Authentizität. Da kriege ich immer Knoten in die Zunge. Ja, das ist ein schweres Wort. Ich sehe es vor Augen, aber ich kriege es trotzdem nicht richtig raus. Egal, also, dass das eins der wichtigsten Dinge ist. Hast du das in dieser Phase noch gehabt? Also ich war schon noch ich, aber ich war so ein, also ich war ich selbst mit angezogener Handbremse. Und das hat mich total genervt, weil ich dann, manchmal habe ich das, dann höre ich mir nach so einer Aufnahmesession auch nochmal ein Video selber an und denke so, oft ist das so, dass ich dann, ich sag mal, so acht oder zehn Folgen aufnehme und dann am Ende des Abends denke, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich erzählt habe. Warte mal, lass mich da mal reinhören. Und dann einfach gemerkt habe, dass ich mit mir selber nicht zufrieden bin. Also nur in diesen zwei Monaten, da war ich echt extrem unzufrieden mit allem. Das war einfach nicht mehr ich, also es war nicht mehr die Dat Nashi vom Anfang. Und deswegen halt auch zwischendurch die Überlegung, ob ich das einfach total einstampfe, weil ich mir nicht sicher war, ob ich da wieder rauskomme. Aber da bin ich dann ja rausgekommen. Und habe gesagt, okay, jetzt machst du erst mal wieder so, wie du vorher gemacht hast. Und dann habe ich aber gemerkt, ich möchte eigentlich, ja, ich hatte dann das Gefühl, ich hatte, durch diese Phase so meine Comfort Zone verloren. Also ich habe dann da so auf meinem Kanal so ein bisschen rumgeeiert, auch mit meinen Let's Plays. Also ich habe dann, ich weiß gar nicht, was ich danach alles gemacht habe. Jetzt müsste ich tatsächlich nachgucken. Warte mal. Kannst du ja machen. Wir sind jetzt irgendwie so im September. Ja. Also schätzungsweise. Jetzt zeigt er mir natürlich gar nicht alle Playlists an, so jetzt hier. Die haben das ja auch schon wieder umgestellt, ne? Wenn man bei sich auf Videos klickt und auf Playlists, das sieht alles so merkwürdig aus. Ja, stimmt. Das ist wohl wahr. Das nervt mich auch, dass ich jeden Monat ein anderes YouTube-Design habe. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich glaube, ich würde es vermissen, wenn es immer dasselbe wäre. Mittlerweile. Was hast du denn da gemacht? Das war so vor vier Monaten, ne? Vier, fünf. Ja, genau. Da habe ich dann irgendwann mit Sims angefangen. Jep. Weil ich dachte, okay, das ist auch so ein totaler Dauerbrenner. Und ich hatte da voll Bock drauf. Meine beste Freundin und ich waren total urlaubsreif. Und das gab ja dann zu dem Zeitpunkt. Die Mieze, ne? Genau, die Mieze. Mieze ist halt auch Mama von einer kleinen Tochter. Und ja, die ist jetzt älter, die Tochter. Die geht in den Kindergarten. Aber trotzdem sind die dann natürlich auch anstrengend. Oh ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich erstelle Mieze und mich. Und ich schicke Mieze und mich dann in Urlaub. Es gab ja dieses Paradise Island Add-on für Sims. Habe ich uns auf so eine Tropeninsel ausgesetzt. Ja. Und das läuft ja bis heute noch. Jetzt mittlerweile zwar nur noch alle zwei Tage. Aber das läuft auch weiter. Und wir sind natürlich nicht mehr auf der Tropeninsel. Wir entwickeln uns ja auch weiter. Ihr seid in der Zukunft, ne? Mittlerweile. Ja, so ab und zu sind wir auch so richtig in der Zukunft. Genau. Haben auch Familie gegründet. Genau, mit Pfarrer, oder? Genau. Genau. Also wer da mal reingucken will, ist es wirklich herzallerliebst. Ja. Ich glaube, ich bin in meinen kleinen Sim-Sohn mindestens, also was heißt mindestens, aber fast genauso viel verliebt, wie in meiner eigenen Tochter. Ja, und das ist auch so ein Spiel, das spiele ich schon seit es Sims 1 gibt. Und das hat mir auch geholfen, da wieder rauszukommen. Ne? Weil das war so, wieder so back to the roots. Das ist ein Spiel, das macht mir immer Spaß. Ja. Deswegen habe ich das reingenommen. Und, ähm, das hat mich wieder zurückgebracht dahin, wo ich auch jetzt wieder bin. Und dann habe ich die MMOs wieder mit reingenommen. Also erst klar, Dämonikon. Ja. Das große DSA. Ach, schönes Spiel. Ja. Das Ende fand ich grandios schlecht, aber... Was hat dir nicht gefallen? Also ich fand es sehr abrupt. Ich hatte das Gefühl, da müsste jetzt eigentlich noch was kommen, was dann nicht kam. Stimmt, das war ziemlich brutal. Abgesehen davon, dass unsere Protagonisten dann auch plötzlich etwas anders aussahen. Und, äh, das ist mir ja schon im ersten, in der ersten Cutscene aufgefallen, wo ich dann irgendwie so lauthals rausplatzte. Was? Der Kairon sieht da viel besser aus als im Spiel. Ich will, dass der so aussieht wie in der Cutscene. Ja, aber das Spiel an sich hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das fand ich super. Die Story war gut. Das Ende war halt schlecht gut. Ja. War ein 90% Erfolg für mich. Und es war ein bisschen buggy. Und manchmal war es mit dem Ton nicht so, wie es sein sollte. Aber ich finde, Kalypso hat sich da davon... Ich glaube, dass es ein, äh, das Schwarze-Auge-Spiel war wirklich viel Mühe gegeben. Ja, sehe ich genauso. Vor allem, das Spiel hat ja auch schon in der Entwicklung eine komplizierte, schwierige Geschichte. Ja. Und die haben da was, haben da ein Spiel rausgebracht, das für mich mit zu den Spielen des Jahres gehört. Ja, ja, klar. Das habe ich ja auch so genau so gesagt, als ich gefragt worden bin, was ist mein Spiel und auch mein Entwickler des Jahres. Und da habe ich auch... Stimmt richtig, ja. Genau. ...Demonicon mit Kalypso gesagt, weil egal welche Schwächen das Spiel hat, mich hat das begeistert. Ja. Bis kurz vors Ende. Ja gut, okay. Und um die Zeit ging dann aber auch für dich, wenn ich es richtig weiß, nochmal Auseinandersetzung mit Netzwerken nochmal neu los. Ja. Habe gar nicht von mir aktiv angetrieben, sondern ich bin gescoutet worden. Ja. Ich bin gerade wie wild. Ja, bin dann von zwei Netzwerken angeschrieben worden, habe mir die dann auch angeguckt, habe dann gesagt nö und habe dann, ach durch Zufall, ich glaube es ging genau um diesen Community Adventskalender. Da habe ich ja mit 23 anderen Kanälen, 23, 22, nee 23, ähm, anderen Kanälen so einen Adventskalender gemacht. Jeden Tag hat wer anders ein Video hochgeladen, wie so ein Türchen. Und da kommt man dann auch plötzlich YouTuber nahe, die man sonst eigentlich nicht auf der Kappe hat oder nie gefunden hätte. Und habe dann festgestellt, dass einige von denen mit einer ähnlichen Kanalgröße auch in einem Netzwerk sind. Und dann war das auch so aus so einer Laune raus. Ich bin, glaube ich, auch die Wochen vor Weihnachten nie so richtig zurechnungsfähig. Woran liegt das? Ich weiß nicht, ich bin dann immer so ein bisschen verträumt und denke so, ach, es schneit bestimmt bald und draußen leuchtet es überall so schön. Und dann werde ich so ein bisschen romantisch, melancholisch und habe dann gedacht, ach und wäre doch eigentlich schon schön, wenn du so mit anderen zusammen. Und da ergeben sich dann vielleicht auch noch ganz andere Möglichkeiten. Und mir ist ja völlig klar, dass ich in einem Netzwerk mit meinen Aufrufzahlen jetzt nicht die Millionen verdienen werde. Völlig klar, natürlich. Ich habe ja immer gesagt, das sind dann 2,50 Euro, was schön ist. Ja, wobei, vielleicht ganz kurz, wir kommen da nachher noch drauf, man kann ja aus Netzwerken unterschiedliche Dinge ziehen. Und da ist sicherlich nicht Geld das Wichtigste, nicht bei unseren Größen, genau. Und also mir ging es einfach darum, dass ich dachte, ach, das wäre ja ganz schön und ne. Und habe mich dann da einfach mal beworben. War bei TGN? Bei TGN, genau. Und war auch felsenfest davon überzeugt, dass die mich gar nicht nehmen. Und war dann total baff, dass die mich doch genommen, also nehmen wollten. Und hat dann hier 36 Stunden lang vor diesem Vertrag rumgebrütet. Der war zu dem Zeitpunkt nur auf Englisch. Mittlerweile gibt es ihn auch in Deutsch seit Januar. Ach, es gibt ihn mittlerweile auch auf Deutsch. Ja, weiß ich gerade aus erster Hand, weil die Scouts mich auch gerade bombardieren. Ja, ja. Die nehmen, also... Furchtbar. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die nehmen im Moment, habe ich das Gefühl, alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Richtig. Die haben momentan, glaube ich, einen Schnitt von täglich 100 Views. Boah, okay. Und die scouten, wie blöd, mich haben sie jetzt schon zum zweiten oder gar dritten Mal angeschrieben. Ja. Dann habe ich halt gedacht, so, ach komm, und hier, weißt du ja, wie das ist hier mit Content-Treffern und bla bla bla. Und vielleicht hast du da ja einen echten Support. Ich meine, diese Verträge sagen ja alles und nix. Und ich wusste, ich habe eine Kündigungszeit irgendwie. Ich kann da ja auch wieder raus, wenn ich das möchte. Okay, ich gucke mir das erst mal an. Die ersten drei Monate sind ja, glaube ich, meines Wissens nach auch erst mal so eine Probemonate. Genau. Genau. Und ich kann da ja auch wieder raus, wenn mir das nicht gefällt, weil man kann Leuten und auch Verträgen und Firmen immer nur vor den Kopf gucken. Wirklich merken, wie es dann ist, weiß man immer erst, wenn man drin ist. Genau. Vielleicht noch ganz kurz, weil das spielt vielleicht bei dem Verhalten der Netzwerke momentan auch eine Rolle. Etwa zeitgleich war ja diese Geschichte mit Managed. Mit Affiliate-Partners. Genau. Okay. Gut. Du darfst weiter erzählen. Ja, und dann bin ich dabei getreten. Und mittlerweile bist du aber nicht mehr drin, oder? Ich bin noch drin, weil meine Probezeit noch läuft. Also man kann innerhalb der ersten drei Monate, ist das zwar eine Probezeit, aber man kann innerhalb der ersten drei Monate auch nicht raus, wenn man erst mal drin ist. Okay. Und ja, aber gekündigt ist schon. Weil ich vermisse dieses VR-Gamers in deinem neuen Banner. Da ist es mir aufgefallen. Genau. Da ist es nicht mehr drin. Ich habe am Anfang gesagt, okay, ich mache da auch Werbung für, wenn mir das gut gefällt. Das ist ja auch völlig berechtigt. Habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass es mir da nicht gefällt. Magst, darfst du da drüber reden, was dir nicht gefällt? Naja, ich kann ja drüber reden. Ich kann über alles reden. Ja, manche sind, wenn es um die Netzwerke geht. Ich sage das mal ganz einfach. Ich bin, also es hat was damit zu tun, mit diesem Managed und Affiliate. Da ist am Anfang einfach für mich und auch heute noch zu viel um den heißen Brei rumgeredet worden. War das denn schon ein Bestandteil deines Vertrags? Stand da schon diesbezüglich was drin? Ja. Das war aber nicht das Problem. Das Problem war, dass die Leute dann gefragt haben, okay, wir werden jetzt alle Affiliate oder sind Affiliate. Dann sage uns doch bitte TGN, was tust du stattdessen dafür, dass du so und so viel Prozent unserer Einnahmen kassierst? Ja, gute Frage. Und das ist auch genau so formuliert worden, unter anderem auch im deutschen Forum, im amerikanischen oder im internationalen geht es ja immer noch ein bisschen anders zur Sache, aber auch im deutschen Forum. Das hat mich sehr gewundert, weil der Deutsche an sich ist ja meistens nicht so offen, auch nicht in seiner Fragestellung. Stimmt, wobei mittlerweile hat auch der Deutsche dazu gelernt. Ja, und da kam dann bla 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 bla, werden euch auch in Zukunft supporten, aber es kam einfach keine Aussage mit was denn zur Hölle. Ja. Da kam dann sowas wie, ja, und wir nehmen eure Kritik ja zu Herzen und sind dabei, neue Konzepte zu entwickeln. Das ist für mich heiße Luft und das habe ich auch genauso als Kündigungsbegründung geschrieben, dass ich nicht bereit bin, in einem Zweijahresvertrag die Katze im Sack zu kaufen. Ja, das ist richtig, genau. Dann schrieb mir der Typ, der das bearbeitet hat, dann noch ganz freundlich auf Englisch zurück, ja, wenn er irgendwas für mich tun könnte, dann sollte ich ihm das doch sagen. Sie würden mich ja gerne behalten und da habe ich dann zurückgeschrieben, ja, dann sagt mir bitte. Was habt ihr vor mit mir? Genau, welche Leistung bekomme ich dafür, dass ihr so und so viel Prozent meiner Einnahmen bekommt? Also jetzt nicht, dass das jetzt hunderte von Euros wären und ich weiß, was für verlangen würde, aber es geht ja nicht nur allein um mich, sondern die haben ja auch Kanäle, die deutlich größer sind und tatsächlich hunderte von Euros abwerfen. Ja. Die jetzt in diesen Zweijahresverträgen stecken und da nicht rauskommen. Ja, vor allen Dingen, es geht eigentlich auch nochmal um eine andere Frage, das ging mir so durch den Kopf, vielleicht geht es dir ähnlich. Weil eben viele Netzwerke, nicht nur TGN, momentan wie wild kleine Kanäle nehmen. Inwieweit hat es auch was damit zu tun, dass die Kanäle dadurch, dass sie Affiliate-Partner machen können und sich eigentlich um ihre Leute nicht kümmern müssen, weil die müssen sich ja selber um alles kümmern. Jetzt nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, noch so die letzten Abgasen. Also im Grunde genommen eigentlich, sagen wir mal, die Hoffnung und den guten Glauben von YouTubern massivst ausnutzen. Ja, das sehe ich genauso. Man hat auch nicht das Gefühl, dass man, also ich hatte bei denen, ich will nicht immer sagen, das ist so bei denen, aber ich hatte das Gefühl, dass die das sowieso nicht interessiert, was mit mir persönlich passiert. Ja, klar nicht, dazu bist du viel zu klein. Genau, ne, ab einer gewissen Größe ist man interessant und darunter hat man dann einfach, und dann hatte ich von Videoamt, ne, ist ja auch ein relativ bekannter Kanal. Oh ja, sehr bekannt. Genau, zu dem Zeitpunkt oder kurz davor auch nochmal so einen Blog-Beitrag geschrieben, der hat ja auch einen Blog, nicht nur einen YouTube-Kanal, und hat dort eine relativ bekannte YouTuberin, der Name jetzt natürlich, wer nicht mehr einfällt. Schade. Ähm, Diamond and Tears. Oh Gott, ich gestehe meine Unwissenheit. Ähm, die macht so Vlogs, die hat halt auch eine kleine Tochter, die ist halt ein bisschen crazy durchgeknallt, die ist auch in einem Netzwerk, und er ist mal hingegangen und hat geguckt, okay, die hat so einen Zuwachs gehabt mit ihrem Kanal, und ab da war er in einem Netzwerk, und der Zuwachs hat sich mal null verändert. Ja. Und da ist natürlich auch die Frage, okay, was tut ein Netzwerk denn jetzt bitte aktuell für mich? Nämlich nichts. Und dann habe ich mir gedacht, dann brauche ich mir den Scheiß mit denen aber auch nicht antun. Zumal zwei Jahresverträge, ich meine, überlegen wir mal, was im letzten Jahr für mich passiert ist. Woher will ich wissen, was in zwei Jahren mit mir passiert? Und deswegen werde ich das Netzwerk verlassen und werde in ein Netzwerk wechseln, das eine monatliche Kündigungsfrist hat. Magst du verraten, welches, oder ist das noch, 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 äh, Deckel drauf? Ja, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, weil die natürlich momentan noch nichts für mich tun können, weil ich ja immer noch, äh, quasi, äh, gebranntmarkt bin. Du bist gebunden noch ein bisschen. Genau, ich bin noch ein bisschen gebunden. Das verheilt doch schon. Und, ähm, sobald das dann in trockenen Tüchern ist, äh, werde ich das auch sofort sagen, ich, also eigentlich ist das kein Geheimnis, aber ich, äh, rede halt noch nicht so richtig gerne über umgelegt. Ah ja, aber ja. Okay, okay. Aber das dürfte dann ja demnächst auch irgendwann sein, oder? Ich denke, spätestens Ende Februar bist du raus aus dem Vertrag. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, Anfang März lassen die mich erst raus. Jetzt muss ich überlegen, ich bin Anfang Dezember rein, Anfang Januar, Februar, ja, genau, drei Monate Anfang März. Irgendwie 6. oder 7. März bin ich raus und dann geht das mit dem anderen Netzwerk aber auch relativ schnell, ne? Dann einmal anschreiben, dann schicken die mir den Vertrag und dann ist das ja in zwei, drei Tagen quasi gegessen. Darf ich dich fragen, was das Netzwerk, in das du gehen wirst, also abgesehen von der kurzen Kündigungsfrist, sonst vielleicht noch für dich tut, was das andere nicht getan, tun konnte? Oder ist es wirklich als Entscheidungskriterium die Kündigungsfrist? Also ein großes, was heißt ein großes Kriterium? Also zum einen ist es so, dass es genau das Netzwerk ist, wo ich am Anfang, als ich in dieser Krise war, überlegt habe, ob ich dorthin gehe. Okay. Weil ich das schon immer total, also ich fand das einfach toll und ich fand auch die Leute, die da drin sind, toll und habe da auch schon vorher angefragt bei einigen YouTubern, ob die da zufrieden sind mit dem Netzwerk, was da so passiert mit denen und ob die sich da gut aufgehoben fühlen. Alle haben immer gesagt, ja, aber ich war zu klein für die. Und dann hatte ich das aus den Augen verloren und dachte so, naja, wenn TGN mich jetzt nimmt, naja, wir gucken erst mal. Bin aber mittlerweile, und das habe ich halt auch einfach total aus den Augen verloren, wenn man einfach mal, ich sag mal, bei Social Blade guckt, sieht man ja, wann man irgendwas erreichen würde, wenn es so weitergeht, wie es gerade läuft. Ja, bei dir läuft es aber gerade richtig gut, gell, muss ich mal sagen. Ja. Für meine Verhältnisse läuft es gerade richtig gut, ja. Also da hat es in den letzten, in den letzten, naja, sagen wir mal in den letzten 20 Tagen, 30 Tagen hat es ordentlich zugelegt. Ich glaube aber auch, dass das damit zusammenhängt, dass ich gerade wieder MMOs spiele. Das ist gut möglich, weil man sieht es dann doch allenthalben, dass MMOs wirklich ganz stark gefragt sind. Ah. Also ich glaube, ich weiß es nicht, ich sehe immer Minecraft-Videos und so mit ganz, ganz hohen Aufrufszahlen. Ja gut. Und ich glaube, wenn man einen gewissen Namen hat, kann man eigentlich alles spielen und hat irgendwie 30.000 Klicks drauf. Das ganz sicher. Genauso wie Minecraft einfach ein absolutes Phänomen ist, also das zu analysieren, braucht, glaube ich, eine Doktorarbeit. Mindestens ein. Weil das ist einfach ein Phänomen, dieses Spiel und was damit passiert. Aber wenn man so Kanäle anguckt, die MMO-lastig sind, dann haben die im Vergleich zu Kanälen, die keine MMOs machen, einfach trotz allem immer einen etwas höheren Zuwachs. Weil MMOs einfach, meiner Meinung nach, auch wirklich das ist, was man in Zukunft spielt. Das ist, was die Leute sehen wollen, weil sie auf eine andere Art Anteil nehmen können. Ja gut, das stimmt natürlich. In einem MMO hast du immer die Möglichkeit, auch mit deiner Community aktiv was zu tun. So ist es. Stimmt. Ja, aber das ist ganz klar dem geschuldet, dass ich jetzt zum einen Aura Kingdom angezockt habe. Das ist ja ... Ist noch in der Beta, oder? Genau, ist noch in der Beta. War in der Closed Beta, ist jetzt knapp in der Open Beta seit zwei Wochen. Und das hat mich so angelacht. Habe ich gesagt, okay, wollte es ja eh mal MMOs anzocken, dann mach das jetzt mal. Und das hat schon den einen oder anderen so rübergeschwemmt, weil was ich am Anfang gar nicht mitgekriegt habe, da gab es gar nicht so viele Gameplay- oder Let's-Play-Videos von. Ja, und ich habe halt wieder mit WoW angefangen und ich weiß nicht, also irgendwas müssen die Leute an WoW-Videos finden. Ich kenne wirklich Abonnenten, die haben zehn verschiedene WoW-Let's Player abonniert, von denen jeder jeden Tag mindestens ein Video bringt und die gucken alle. Also ich denke dann ja immer so, ja gut, ich meine, wenn ich jetzt das Startgebiet schon zum zehnten Mal gucken muss von irgendeiner Rasse, dann hängt es mir noch zu den Ohren raus, die Quests ändern sich ja nicht, aber die Leute gucken es. So ein ähnliches Phänomen wie Minecraft, vielleicht in dem Ausmaß, aber World of Warcraft ist ja sowieso ein Phänomen, wenn man sich mal überlegt, wie lang das schon existiert. Ja. Wie lang ist ... Es ist ja, glaube ich, das einzige Spiel, das wirklich über viele, viele Jahre mit einem festen Preismodell auch Kohle abgeworfen hat. In dem Rahmen, ja. Also da gibt es ja nicht viel ran. Also das ist schon irgendwo auch ein Phänomen. Insofern glaube ich schon, dass das was ist, was ein Kanal ordentlich pushen kann. Und das sieht man auch bei dem, was sich bei dir tut, was ich ja richtig gut finde, gell? Ich mag deinen Kanal ja sehr. Ich mag meinen Kanal auch, ja. Gönne ich dir das aus tiefstem Herzen. Aber ich denke wirklich, dass es mit den WoW zu tun hat und vielleicht auch damit, dass man dadurch vielleicht auch selber in der Community wieder aktiver wird und mehr Leute kennenlernt. Oder hat die Entwicklung auch was mit dieser Netzwerkgeschichte zu tun? Das glaube ich nicht mal. Also ich habe das im Dezember ein bisschen gemerkt, da sind ein paar Leute hängen geblieben durch diesen Community-Adventskalender. Hatte dann aber auch wieder Anfang Januar eine Zeit, wo ich relativ verloren habe. Also wo ich einfach auch gemerkt habe, so durch den Community-Adventskalender hatte ich auch viele so Sub-for-Sub-Leute. Ja, 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 ja. Und das ist immer total albern, weil ich würde jetzt mal schätzen, 90% der Leute auf YouTube hat aus, also diese Funktion aus, dass angezeigt wird, wenn du jemanden abonnierst. Richtig, ja. Das heißt, mich abonnieren dann irgendwelche Kleinst-Desplayer in der Hoffnung, dass ich ein Gegen-Abo bei denen da lasse. Ich kriege aber gar keine Meldung darüber, dass sie mich abonniert haben. Ja, doof gelaufen. Ich sehe halt immer nur fünf neue Abos, am nächsten Tag vier weg. Denke ich mir so, ja. Leute, wenn ich jetzt gesehen hätte, wer ihr seid, dann wäre ich ja auch vielleicht auf die Idee gekommen, bei euch zu gucken. Aber so, woher soll ich das wissen? Es wird ja dann auch nirgendwo angezeigt. Auch an der eigenen Abo-Übersicht sieht man die Leute nicht. Du kriegst keine Meldung, kein Nix. Du siehst bloß, dass da jetzt ein Abo mehr ist. Genau, die Zahl geht einfach hoch. Genau, das ist alles. Und dann denke ich mir dann auch jedes Mal, ja, wenn ihr schon Sub-for-Sub wollt, dann sag das doch einfach. Dann gucke ich vielleicht auch mal. Aber wobei ich für Sub-for-Sub ja nicht zu haben bin. Also einfach nur jemanden zu abonnieren. Die Mails kriege ich ja auch immer mal wieder. Hier, abonniere mich doch. Ich abonniere dich zurück. Und dann gucke ich auch alle deine Videos und bewerte die, egal wie die sind. Habe ich mir gedacht, warum? Will ich überhaupt nicht. Mich interessiert auch gar nicht so sehr, ob ich einen Daumen hoch oder einen Daumen runter kriege. Für mich ist immer total super, wenn ich sehe, die Leute haben was geschrieben. Ja, genau so ist es. Kommentare sind das Allertollste, was einem Let's Player passieren kann. Das ist so eine Erkenntnis, die setzt sich mittlerweile bei vielen, also vor allen Dingen all jene, die YouTube ernst nehmen. Ja. Und ich meine, du gehörst ja mittlerweile auch zu den Leuten, die schon eine ordentliche Professionalität auf YouTube erreicht haben, auch mit ihrem Kanal. Man merkt, dass du das ernst nimmst. Insofern, also alle, die es ernst nehmen, die wissen längst, dass das nichts mit Abozahlen zu tun hat. Ne. Und ich sehe immer mal wieder Kanäle, weil die bei mir auch oft anfragen zum Interview. Die haben dann 1500 Abos oder 4000 Abos und keine 80 Aufrufe am Tag. Hallo? Ja. Hallo? So what? Was will man denn damit? Das kannst du wirklich vergessen, ne? Ich kenne aber auch Leute, die hingegangen sind und zwischendurch ihre Abozahlen ausgeblendet haben, weil es mal so eine Zeit gab, wo es immer hieß, ja, wenn du nicht genug Abos hast, dann gucken dich die Leute schon deswegen nicht, weil sie denken, dass du zu schlecht bist, weil du so wenig Abos hast. Also mache ich die Abos aus, weil dann können die Leute mich anhand dieses Kriterium schon mal nicht vorweg aussortieren. Hast du mal mitgekriegt, ob sich das dann bewahrheitet hat? Ne, ich glaube nicht, weil alle, die das gemacht haben, haben die Zahlen mittlerweile wieder an. Also scheint das nicht geholfen zu haben. Ja, ich glaube auch. Ich finde das auch albern. Ich meine, ein Abo, das ist eine Zahl, ja. Das ist eine Zahl. Also, wenn ich sehe, ich habe ein Video, ups, jetzt haue ich hier voll gegen mein Mikro, Entschuldigung. Aber man hat es kaum gehört. Ich lade ein Video hoch, ja, und sehe, das hat, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 100 Leute begeistert. Und von den 100 Leuten haben es dann auch tatsächlich mal 15 geschafft, einen Kommentar zu schreiben. Ähm, dann ist das doch super. Ist doch total egal, ob ich dafür 50 Abonnenten habe oder 30.000. Ne? Mir sind diese ganzen Abonnenten, die mich abonnieren und dann sowieso nicht gucken, die könnten auch einfach mal alle wegbleiben. Ja. Ja, ich hatte schon mal Phasen, wo ich gedacht habe, ich müsste mal alle anschreiben, sie sollen mich doch bitte deabonnieren. Ich weiß noch, du hast irgendwann am Anfang auch mal gefragt, ob man die nicht einfach von sich aus rausschmeißen kann. Ja, genau. Ja. Man weiß ja in etwa, wer einen guckt. Ja, klar. Weil die meisten melden sich irgendwann und dann merkt man in den Kommentaren auch, ob die häufiger mal gucken oder nicht. Ja. Also, insofern. Wobei ich ja auch selber gestehen muss, ich gucke auch nicht immer alles bei allen. Das geht ja auch gar nicht. Wie soll das auch gehen? Also, ich muss, sehe ich irgendwo, wie viele Abos ich gerade, wie viele Leute ich gerade abonniert habe? Wollte ich dich gerade fragen, wie viele hast du abonniert? Also, ich glaube im Moment, ich sortiere das ja immer wieder regelmäßig aus, aber so 30. Ja, jetzt überleg mal, im Schnitt laden die ein bis zwei Videos hoch. Und das ist Jochen hier im Hintergrund, die hat gefressen. Und da wird auch gerade der Knopf, der Singknopf gedrückt. Ja, ist ja gut, Süße. Ne? Ja, so, jetzt ist gut. So, jetzt ist sie wieder friedlicher. Das war auch ein Geburtstagsständchen. Ah, schön. Willst du es mal richtig hören? Dann drücke ich nochmal den Knopf. Ich weiß ja nicht. Also, ich kenne es ja schon auch aus Let's Plays von damals. Da war das ja bei dir öfter mal zu Gast. Ne, jetzt rennt sie weg. Da muss jetzt jemand anders den Knopf drücken. Drückst du mal bitte den Knopf? Das ist dein Ständchen. Na? Jojo, komm, Geburtstagsständchen. Also, ich tanze bloß mit dem E-Ton. Entschuldig. Ah, ja. Jetzt kommt's. Ja. Ja, das war Happy Birthday, habe ich genau gehört. Ja, extra für dich, Naschi. Das war jetzt wenig professionell, aber irgendwie musste ich mir das jetzt gerade geben. Wo waren wir hängen geblieben? Bei den Abozahlen, gell? Bei den Abozahlen, ja. Ja. Nochmal zurück zu dem Netzwerk. Ja. Was kann einem ein Netzwerk, deinem Verständnis heraus, noch geben, wenn es sich naturgegeben nicht um die Patient dreht? Da sind wir, glaube ich, auch hergekommen. Genau, da wollten wir einfach eigentlich drauf hinaus. Ja, richtig, genau. Da sind wir hergekommen und wollten da hin. Und jetzt dappen wir mal drauf zu. Ähm. Ja gut, das ist ja jetzt mein Verständnis von, was kann ein Netzwerk mir bieten? Aber genau dein Verständnis bietet es ja. Außer irgendwelche finanziellen Vorteile. Ähm. Zum einen ist es ja oft so, dass diese Netzwerke besondere Analyse-Tools zur Verfügung stellen, in denen man deutlich mehr sehen kann als bei Analytics. Also dazu muss man wissen, dass YouTube mehr Daten erhebt, als auf Analytics zu sehen ist. Ja. Also TGN stellt ja, glaube ich, dieses Visio-Catalyst zur Verfügung. Genau, dieses Visio-Catalyst. Da kann man dann relativ deutlich sehen, was mit Videos passiert. Man hat bei Visio-Catalyst auch die Möglichkeit, zum Beispiel so Tags oder Videotitel zu optimieren, wenn man das gerne möchte. Ja. Ähm. Da kriegt man dann aber teilweise auch richtigen Schwachsinn vorgeschlagen. Ich habe mir das mal angeguckt. Auf ein Beispiel. Ich weiß nicht, also mir schlägt er regelmäßig vor. Ich soll als Tags doch Michael und Kevin nehmen. Das schlägt er mir auch vor. Kevin schlägt er jedem vor. Wo ich denke so. Es gibt schon Videos, die fragen, wer ist Kevin. Ja, genau. Das denke ich auch jedes Mal so. Who the fuck is Kevin? Genau. Da gibt es echt schon Videos auf YouTube. Ja, aber das macht Visio-Catalyst dann auch immer mal ganz gerne. Also so halt Schwachsinn, wo du dir echt denkst so, hä? Hat doch damit gar nichts zu tun. Was soll denn das jetzt? Dann haben die so eine Wissensdatenbank, in der ich jetzt persönlich aber auch nicht fand, dass da irgendwie was drinstehen würde, was ich nicht hätte im Let's Play-Forum nachlesen können. Das glaube ich, ja. Und ich persönlich erwarte von einem Netzwerk, dass ich dort einen Ansprechpartner habe und der, wenn er schon nicht für mich den Arsch hinhält, mir zumindest erklärt, wie ich meinen Arsch am besten aus der Affäre ziehe, wenn ich Ärger bekomme. Ja. Also der mir dann sagt zum Beispiel hier die Formulierung, es gibt mittlerweile auch Netzwerke, die sagen, ihren Leuten hört auf, auf Fair Use zu plädieren. Mhm. Weil im schlimmsten Fall, wenn die das nicht akzeptieren, kassiert ihr einen Strike. Denn wenn ihr eine Duldungserklärung habt... Dann schreibt das rein. Dann schreibt das auch rein. Das heißt, man müsste tatsächlich angeben, ich habe eine Lizenz oder Erlaubnis. Und nicht Fair Use, ne? Das sind einfach so Sachen... Entschuldigung. Der Hund hat nicht auf, dir ein Geburtstagsstädchen zu bringen. Der denkt sich, das ist noch weithin bis zum 1. Februar, ich sing mich jetzt hier richtig ein. Ja, da hat man wirklich so den Eindruck. Schau ich denn jetzt... Nochmal gucken, ob es hält. Ja. Sorry. Also ich würde mir da einfach Support wünschen. Also das, wo man immer denkt, warum kann man bei YouTube keinen fragen, was muss ich denn hier machen, ne? Wenn irgendwas aus dem Ruder läuft oder irgendwas nicht so richtig funktioniert, das wünsche ich mir von einem Netzwerk. Und ich wünsche mir da Gleichgesinnte zu treffen. Die ich auf YouTube nie so hätte gefunden. Weil es ist einfach schwierig, Leute auf YouTube zu finden. Wie viele Stunden meines Lebens, seit ich hier aktiv bin, ich schon damit verbracht habe, einfach nur durch diese Kanal-Link-Boxen zu klicken. Ja. Immer in der Hoffnung, dass da noch voll die Perle irgendwo auftaucht. Wo ich dann denke, wie toll, den hätte ich im Leben nicht gefunden, ne? Oder halt so Suchfunktionen einzugeben nach vielleicht irgendeinem Spiel, das ich besonders gut finde. In der Hoffnung, dass es irgendwer anders let's playt, den ich dann auch toll finde. So, ne? Weil man ja schon eine Gemeinsamkeit hat, weil man das eine Spiel gut findet. Also das Ganze, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir einen kompetenten Ansprechpartner, der mich berät, wenn ich ein Problem habe oder eine Frage. Und Leute, die gewillt sind, also die so meinen eigenen Vibe so ein bisschen aufgreifen. Oder zumindest versuchen, in die ähnliche Richtung zu gehen. Lernst du die dann im Netzwerk über die Foren kennen oder Mitgliederlisten? Oder wie kommt es dazu, dass du da eine größere Chance hast, so Leute zu finden? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Netzwerke, die haben tatsächlich offizielle Foren. Und welche, die haben zum Beispiel eine offizielle Skype-Konferenz, in die man sich dann einloggen kann, wenn man Fragen hat. Oder die tatsächlich auch einen offenen TS anbieten für ihre Mitglieder. Es gibt Listen, in denen man dann zum Beispiel suchen kann, wo man sich dann auch selber eintragen kann. Mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Let's Plays oder Interessen, wo man dann auch gezielt suchen kann. Ich weiß nicht, ich suche jetzt jemanden, der ein WoW-Let's Play macht. Und dann wird mir das halt angezeigt. Das ist aber unterschiedlich. Das macht jedes Netzwerk für sich alleine. Und da muss man halt auch jedes Mal erst gucken, was bieten die wirklich an. Intern. Und bei TGN war es halt so, also es gibt wohl mittlerweile wieder eine Skype-Konferenz, die ist allerdings von Mitgliedern inszeniert. Und da ist natürlich auch niemand offizielles Anwesen und kommt da auch nicht hin. Ja, das ist natürlich ein bisschen dünner. Also vor allen Dingen, wenn die gerade so sehr unterwegs sind, finde ich, sollten die ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr liefern. Das ist, glaube ich, ein kanadisches Netzwerk, gell? Das gehört eigentlich zu Broadband-TV, genau. Und wer es nicht weiß, Broadband-TV gehört zu einem großen Teil RTL. Höh? Höh? Nur zur Info, das sollte jetzt kein Diss oder so sein. Nein, nein, nein. Das ist halt nur eine Information. Nein, das ist eine Info und man kann ja auch mal drüber nachdenken. Ja, genau. Ob das irgendwie, ja. Ob das was miteinander zu tun hat. Genau, und wenn was. Genau. Und wie das zu betrachten ist. Und wie so die eigene Meinung zu all dem ist. Ist es denn ein deutsches Netzwerk, in das du gehen wirst? Darf ich das noch fragen? Auch kein deutsches Netzwerk. Nein, es ist kein deutsches Netzwerk. Genau, mir war jetzt nicht klar. Meinst du, nein, ich darf nicht fragen? Oder es ist kein deutsches Netzwerk? Ich glaube, es gibt auch gar nicht so richtig viele deutsche Netzwerke, die für Leute meiner Größe überhaupt in Frage kommen. Also klar, es gibt die GN und, jetzt muss ich echt überlegen. Ich weiß, Playtimes und GameStar, das ist ja ein und derselbe Klumpatsch eigentlich. Ja. Die haben Aufnahmekriterien ab 2000 Klicks pro Tag im Moment. Ja, wobei das bei Playtimes auch dummes Gemache ist, um es mal so deutlich zu sagen. Meine Bewertung. Bei Playtimes sind Leute gepartnert, die never ever jemals schon diese Anzahl Views hatten. Ja, aber sind das nicht die, wo immer gesagt wird, das sind Leute mit besonderem Potenzial, die in so einem Trainee-Programm sind? Das sind dann aber sehr viele mit so viel Potenzial. Und es sind vor allen Dingen sehr viele, wo sich das Potenzial dann so nicht bewahrheitet hat. Ich habe da mal spaßeshalber recherchiert. Okay. Da reden wir vielleicht privat nochmal drüber. Da können wir privat mal machen. Nicht weit treten, aber mich interessieren, ja. Ich glaube, dass das sehr viele aus der ersten Zeit sind, wo halt noch dann eben viele gepartnert werden mussten. Und jetzt hat man mittlerweile hochgeschraubt. Und bei einigen hat sich das nicht so bewahrheitet. Das ist meine Beobachtung, mal völlig wertfrei. Mal völlig wertfrei. GameStar ist klar, das ist das große Mutternetzwerk. Mittlerweile gibt es ein Netzwerk, das ich ganz interessant finde. Das ist Freedom. Die haben eine deutsche Sektion von einem richtig guten, engagierten, jungen Mann. Also das Netzwerk ist Freedom und der Initiator ist der ehemalige Gründer von Tüje N. Ah ja, ja. Jetzt sagt mir das auch was. Ich wusste den Namen nicht von einem Netzwerk. Die haben auch, du kannst von Monat zu Monat raus und machen relativ schnell zu Managed. Also das ist so im Werden, da kann man mal ein Auge drauf haben. Das ist vielleicht für jemanden, der ein Netzwerk will, ohne sich sehr zu binden, eine ganz interessante Geschichte. Freedom. Da halte ich mal im Hinterkopf, ob die konkurrenzfähig wären. Ich habe den deutschen Kollegen irgendwann im Juni oder so im Interview. Ach cool. Ja. Deswegen weiß ich davon. Von diesem Netzwerk. Aber lass uns mal weg von den Netzwerken. Oder? Ist jetzt auch genug, oder? Ja, ist auch immer irgendwie. Wir haben bestimmt schon alle abgeschaltet. Oh, den einen oder anderen mag es interessieren. Ich weiß es nicht. Ich finde es immer ganz spannend, weil die Richtung ja schon Richtung Netzwerk geht bei den meisten. Es ist einfach, wenn du die Option hast, im Netzwerk auf Managed gesetzt zu werden, macht es dir das Leben einfach einfacher auf YouTube. Ja. Das ist schon richtig. Aber das ist so eine persönliche Einschätzung. Ich finde das Leben auf YouTube so kompliziert nicht. Zumindest nicht, was Let's Plays angeht. Oder Duldungserklärungen einzuholen. Nee, das ist klar. Also im Grunde genommen, also denke ich, Managed hat halt auch immer die Gefahr, was denen so einfällt. Weil ja immer die Gefahr bei Managed besteht, dass die sich eines Tages deines Kanals bemächtigen. Das kommt dann halt darauf an, wo du bist und wie die das sehen. Richtig. Und das ist immer sehr schwer abschätzbar, finde ich. Aber lass uns weg von den Netzwerken. Aber das musste ich unbedingt mit dir besprechen, weil ich ja gesehen habe, dass du bei TJN warst und dass dann plötzlich VR Gamers weg war. Ja. Da muss ich doch wissen, was ist da los? Ja. Dat Nashi hatte mal wieder was zu nörgeln und hat mal direkt wieder gekündigt. Das war los. Ach, das finde ich gut. Nägel mit Köpfen gefällt mir wirklich gut. Nägel mit Köpfen, noch eine andere Geschichte. In letzter Zeit sind auf deinem Kanal oder so im letzten halben Jahr häufiger mal diese Videos, eure Fragen, meine Antworten gekommen. Ja. Und also man hat so den Eindruck, dass du von deinen Abonnenten und von den Leuten, mit denen du kommunizierst, sehr, sehr viele Fragen bekommst. Echt? Mhm. Okay. Na, also ich hätte nicht genügend Fragen, um so ein Video zu machen. Von meinen Leuten. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich hatte mal das Gefühl, dass die Leute generell immer total neugierig bei allen YouTubern sind. Nee, bei mir nicht. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich schicke dir mal ein paar Fragen, dann kannst du aus auf die Jungen machen. Ich muss ein bisschen neugierig sein, ich habe auch eine Ask.fm-Seite, also egal. Also jedenfalls, ich habe da so noch, ich gucke die ja immer an, auch wenn du so hochlädst und jetzt eben verstärkt bis dort nochmal angeguckt und mir ging dabei zwei Sachen durch den Kopf. Punkt eins, hat sich denn in der, sagen wir mal, in der Bereitschaft von deinem Privatleben etwas zu erzählen, vielleicht auch mehr zu erzählen, in diesem Jahr gewandelt? Ich glaube ja. Ich hatte das ja im ersten Interview, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass man mir am Anfang ja gesagt hat, so, oh, da musst du ganz vorsichtig sein auf YouTube. Da laufen Leute rum, die meinen es alle nicht gut mit dir und da hat man ratzfatz Hater am Hintern und dann kriegt man Daumen runter und dann machen die dir den Kanal zur Hölle. Und da war ich schon so ein bisschen so, okay, dann erzähle ich lieber nichts. Und habe da am Anfang auch so ein bisschen zurückgehalten, aber ich bin auch eigentlich kein großer Geheimniskrämer. Also es gibt halt so Dinge, die würde ich nicht erzählen. Also mein Vorname ist schon mal gefallen in einem Video. Wer jetzt immer noch danach fragt, ist nur einfach zu doof, das richtige Video zu gucken. Ja, vor allen Dingen, ich weiß, wo man es im Internet findet. Ja, das wissen ganz viele und viele wissen es nicht. Und wer es nicht weiß, ist halt einfach nicht pfiffig genug, sagen wir es mal so. Ja. Dann beantworte ich die Frage nach meinem Alter nicht, weil ich persönlich einfach finde, dass Alter, also diese Zahl, quasi auf dem öffentlichen Dokument einfach nichts über dich aussagt. Das ist wohl richtig und zwar weder wenn du jung noch wenn du mittel noch wenn du alt bist. Also ich kenne 14-Jährige, die sind tausendmal besser zu gebrauchen als Mitte 30-Jährige und umgekehrt. Und ich kenne auch Leute, die haben es mit 65 immer noch nicht begriffen, wie es läuft. Absolut, ja. Und ja. Also für alle, das Alter sagt nichts über die sittliche Reife. Genau. Genau. Und ich bin ja schon öfters gefragt worden, wie alt bin ich und meine Standardantwort ist meistens irgendwie, ich bin zeitlos oder aber irgendwas zwischen 12 und 45. Manchmal bin ich, wenn ich morgens aufstehe, eher 12 und manchmal bin ich eher 85. Ja. So mit Rücken. Aber ich finde, dass das einfach nichts aussagt. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, ich bin halt so und so alt. Das ist ja auch gut, wenn die das tun und wenn die das so wollen. Für mich hat das einfach mit mir als Person nichts zu tun. Und ich rede nicht über meine Tochter. Ja. Ich bin ja schon mal gefragt worden, wie die heißt und so. Und da habe ich gesagt, das sage ich euch nicht. Und das hat am Anfang keiner verstanden. Weil die Leute halt neugierig sind, kann ich auch verstehen. Und dann habe ich irgendwann auch mal ganz klar erklärt, passt mal auf, das Internet vergisst nichts. Ja. Das ist wohl wahr. Alles, was ich hier sage und alles, was ich hier tippe, irgendwie wird hier nie wieder verschwinden. Und ich möchte nicht, wenn meine Tochter irgendwann mitten in der Pubertät ist, von der den ganzen Scheiß um die Ohren gehauen bekommen. So nach dem Motto, weißt du eigentlich, wie peinlich das jetzt ist, ne? Die hat ja auch einfach nichts zu suchen. Also ich habe eine Tochter, da kann jeder wissen, wie alt die ist und das ist aber auch schon alles. Also es gibt schon diese Schutzbereiche, die du hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Wo du ganz klar sagst, das dann doch nicht. Und ich beantworte weiterhin auch keine Fragen zu der angeblich lesbischen Beziehung mit meiner besten Freundin. Das sind die Fragen, die immer Freitagnachts kommen, wenn irgendjemand so tief ins Gläschen guckt. Genau, ich habe das ja in dem einen Infovideo oder Fragen auch erklärt. Ich kriege irgendwie, oder habe eine ganze Zeit, im Moment ist da Ruhe, aber ich habe tatsächlich wochenlang, jeden Freitagabend, so eine ganze Handvoll Fragen bekommen. Zur sexuellen Handlung mit meiner besten Freundin. Wahrscheinlich getriggert durch dieses Sims 3 Let's Play. Was die Leute, ich weiß nicht, was das soll. Das wäre auch eine Doktorarbeit wert, sich mal zu überlegen, was die Leute da umtreibt. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen, ich sage das jetzt einfach mal so, das ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, das wäre mal ganz cool und glaubt dann auch, wenn er nur oft genug fragt, dass ich dann vielleicht auch genervt genug bin, um darauf zu antworten, aber nö. Ja, das ist dann schon so ein Sport. Kriege ich sie dazu oder kriege ich sie nicht dazu? Ja, aber bei mir ist das dann samstags morgens Ask.fm auf. Ich sehe das dann ja schon immer im Posteingang, dass da wieder ein neuer Unfug getrieben wurde. Und dann trinke ich da mal ein erstes Tesschen Kaffee bei, beschmunzle mich da, lösche die alle und dann sind sie weg. Also, nee. Ganz bestimmt nicht. Da ist auch nichts zu erzählen, davon mal ganz abgesehen. Ja, mal ganz abgesehen davon, ihr Lieben da draußen, die solche Fragen stellen, ihr habt von tuten Blasen keine Ahnung. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Also, weil ich glaube, dass da auch völlig die falschen Vorstellungen sowieso bestehen. Deswegen kriegt das dann auch so eine Bedeutung für manche. Also, da haufenweise falsche Vorstellungen da draußen, die solche Fragen dann überhaupt erst möglich machen. Das ist schon auch eine Form der Sensationsgier, glaube ich. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ob ich bereiter bin, was aus meinem Privatleben zu erzählen. Am Anfang habe ich gedacht, das interessiert sowieso keinen. Ich habe am Anfang gedacht, wenn du ein Let's Play machst, dann musst du auch alles nur zum Spiel erzählen, weil deswegen sind die Leute ja hier. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, auch durch diese Fülle der Fragen, die da so auf mich einprasseln, immer mal wieder, die Leute sind an mir als Person halt einfach auch wirklich interessiert. Auch, wie viele Aufrufe ich auf diesen eure Fragen meiner Antworten-Videos habe. Und wenn ich dann sage, am Ende, hier könnt ihr mir auch neue schicken, habe ich auch direkt immer drei Mails im Postfach und da sind nicht nur zwei Fragen drin. Hammer, echt? Und so fürs nächste Mal schon mal. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich meine, wenn die Leute das wirklich interessiert, dann kannst du ja auch mal was erzählen, so links und rechts. Während du, weiß ich nicht, irgendwie questest oder halt in der Gegend rumläufst und der Weg ist jetzt ein bisschen länger, dann kannst du ja mal einen Schwank aus deinem Leben erzählen. Nee, tue ich ja auch. Und da hat bisher noch keiner gesagt, ich soll den Mund halten. Von daher gehe ich davon aus, dass es auch okay und gewünscht ist. Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube ganz im Gegenteil, dass die Let's Player, die bei ihren Let's Plays auch mal so einfach aus dem eigenen Umfeld erzählen oder eine Art Commentary einbauen, dass die gerne gesehen werden, weil nur Let's Play auch den meisten Zuschauern auf die Dauer ein bisschen zu langsam ist, zu langweilig ist. Da erstirbt mit dem fünften oder sechsten Video in der Regel das Interesse, weil die Leute es sowieso schon selber gespielt haben. Ja. Und dann tritt, glaube ich, die Neugierde eher in den Vordergrund, was der Let's Player zu berichten hat. Also ich habe schon festgestellt, dass das wirklich gut kommt, wenn man das gezielt und sinnvoll einbaut. Hm. Also mir macht das auch Spaß. Also es gibt da Dinge, da rede ich auch gerne drüber und dann kann man das ja kombinieren. Ja, vor allen Dingen, manche Spiele geben ja gar nicht so viel her, dass man das ganze Let's Play nur mit Themen zu dem Spielen. Das stimmt. Das macht schon Sinn, auch mal Plan B zu haben und das eine oder andere zu erzählen. Also ich habe mittlerweile tatsächlich auch schon einen Spickzettel. Echt? Ja, ja, der liegt hier bei mir auf dem Tisch. Für den Fall, dass mir tatsächlich überhaupt nichts Sinnvolles einfällt. Eigentlich normalerweise ist es so, ich drücke auf den Knopf und dann fange ich an zu reden und dann höre ich erst wieder auf, wenn ich merke, die 15 Minuten sind eigentlich schon lange um. Okay. Aber ich habe dann gedacht, der eine oder andere Let's Player gibt das ja auch mal ganz gerne zu, sich so Notizen zu machen. Und dann habe ich gedacht, okay, du wolltest dich ja ein bisschen professionalisieren und organisieren, schreib dir mal was auf den Zettel. Ja, der liegt jetzt auch, hier habe ich noch nicht benutzt, aber der liegt hier. Was da drauf steht, da steht tatsächlich drauf, Frauen in MMOs, aber ganz oben steht das Sexleben meiner Nachbarn. Falls ich mal so gar nichts zu erzählen habe und ein sehr Rätseligen habe, dann werde ich da mal was zu erzählen. Ich schreibe es dann aber auch in die Video, also als Titel in die Beschreibung, damit auch gleich jeder weiß, was er zu hören bekommt. Oh ja, wunderbar, auf dieses Video freue ich mich ja jetzt schon. Nashi, so langsam kommen wir jetzt zum Ende meiner Endlos-Interviews oder Gespräche. Ich habe noch eine Frage. Du hast, als du deine Geburtstagswoche hattest. Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ja, erzähl. Du kennst mich einfach schon viel zu gut. Doofi. Okay, aber ich hole jetzt trotzdem weit aus, weil das mir natürlich ist, weit auszuholen. Da hast du ja jeden Tag ein Special hochgeladen. Da war unter anderem auch dabei, what is in my bag und solche Geschichten. Also eine der vielen lustigen Formate, die man auf YouTube so findet. Genau. Du hast dann aber auch ganz am Ende von der Woche, hast du dann etwas gemacht, was ich sehr, sehr mutig fand. Mhm. Und zwar hast du in deinem Kanalbanner ein Foto von dir eingebaut. Ja. Das war ziemlich gut, cool gemacht, weil du hattest eine Kapuze auf, es hatte so ein bisschen was Mönchisches, sah wirklich ziemlich cool aus. Du hast es aber nicht sehr lange oben gehabt. Mhm. Wie waren denn da deine Erfahrungen damit? Was gab es da für Reaktionen? Also von spontanem De-Abo. Ernsthaft? Ja, ja. Bis zu PNs. So a la, ja, so mein Typ Frau wärst du jetzt nicht. Und, also mich hat keiner so richtig angeschimpft oder mir gesagt so, äh, kannst du doch nicht machen, nimm dein Gesicht da runter, irgendwie kann sich keiner angucken. Das kam jetzt nicht, ähm, aber, ähm, ich hab, also spontan bestimmt fünf oder sechs Abonnenten verloren. Die hatten sich unter mir wahrscheinlich was völlig anderes vorgestellt. Ähm, damit hatte ich aber gerechnet, ne? Ja, das kam für mich jetzt nicht überraschend. Ich hatte eigentlich mit viel mehr gerechnet. Ähm, und der ein oder andere hat dann gesagt so, ja, das finde ich jetzt nicht so schön oder, ne? Aber jetzt nichts Schlimmes, ich hab's wieder runtergenommen, weil ich dieses Kanalbanner relativ kurzfristig erstellt hatte und dann nicht mehr so zufrieden damit war. Ja, das war, das ging ja auch so die Wechselfase los. Genau, das war so in diesem ganzen Umbruch und dann hatte ich das oben, also es hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie schreckliche Erfahrungen damit gemacht habe, dass die Leute mein Gesicht sehen. Ähm, sondern das Kanalbanner an sich hat mir nicht mehr gefallen und hinterher hatte ich dann nicht mehr so Lust dazu, es zu machen, weil ich mich auch wieder so, das war ja noch diese ganze Unsicherheitsphase, wo ich dachte, wo will ich eigentlich hin und bla und will ich da jetzt wirklich mein Gesicht wieder drauf machen. Ich wollte erst mal wieder mein eigenes Setting so für mich haben und, ähm, ich fand das jetzt nicht schlimm, mein Gesicht zu zeigen. Ne. Danach hat mich auch niemand auf der Straße angesprochen und hat mir so auf die Schulter gesagt, hallo, bist du vielleicht, du bist doch die Nashi, krieg ich ein Autogramm, nix passiert. Ach ja, Nashi, dazu sind wir noch nicht großgekommen gekommen. Noch nicht. Ne, aber, also. Aber darf ich dich fragen, ob die Reaktionen dich verletzt haben? Dass jemand zu mir sagt, dass er nicht, dass ich nicht sein Typ bin oder dass die Leute mich deabonniert haben, meinst du? Ja, was da so an Reaktionen kam, ich weiß jetzt nicht, was da so konkret kam, aber. Also mehr als du bist nicht mein Typ, aber ich gucke dich trotzdem und den Deabos ist da eigentlich nicht viel passiert. Der eine oder andere hat gesagt, äh, so in etwa hatte ich mich, äh, hatte ich mir das vorgestellt oder ich hatte mir zwar was anderes vorgestellt, aber, ähm, das sieht genauso sympathisch aus wie das, was ich im Kopf hatte. Also, ne. Okay. Hat mich jetzt keiner großartig angefeindet. Ähm, das mit den Deabos, das war für so eine Sekunde, dass ich dachte so, ach, ihr seid doch blöd. Ne. Weil. Wie soll ich das erklären? Also klar, unter einer Stimme stellt sich jeder immer direkt was vor. Na klaro. Na, wenn ich eine Stimme höre, habe ich auch Assoziationen. Ich hatte in einem früheren MMO das wirklich mal, da hat, äh, hatten wir einen männlichen Mitspieler und der hatte eine Stimme, schwöre ich dir, da ist jede Frau weggeschmolzen. Mhm. Den haben wir abends nochmal zu uns ins Teamspeak geholt, haben gesagt, kannst du uns eine Geschichte vorlesen? Einfach nur, damit der was, der hätte das Telefonbuch vorlesen können oder so, wäre total egal, Hauptsache der redet. Und ich habe Jahre später, durch Zufall, habe ich mal ein Bild von dem gesehen und war total, wie heißt das, desillusioniert. Weil halt meine eigene Vorstellung auch nicht das so passt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dann dachte, okay, den finde ich jetzt plötzlich doof. Aber die Vorstellung war halt einfach anders. Aha. Und ich glaube, dass manche Leute damit dann nicht umgehen können und dass die deswegen dann einfach abgehauen sind. Ich fand es dann einfach doof von denen. Weil ich habe mich ja selber nicht verändert. Ich war danach noch genau dieselbe wie vorher quasi. Und, ähm, nö. Ich weiß nicht, ob ich es auch nochmal machen würde. Einfach weil... Wie soll ich das jetzt erklären, ohne dass es doof klingt? Das darf auch gerne doof klingt. Wir sind ja unter uns mittlerweile. Ach ja, ja, wir sind ja unter uns. Da hört ja keiner zu, natürlich. Ähm. Für mich, ich bin ja noch in Elternzeit und irgendwann geht es ja auch mal wieder zurück. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ich es so toll fände, weil im Arbeitsleben sind viele Leute ja gerne gehässig, ne? Oh ja. Wenn dann irgendwann mal jemand käme und, äh, man weiß ja, wie das manchmal so läuft. Ob ich in dem Zuge dann das, äh, versuchen würde zu verhindern, indem ich halt keine echten Fotos mehr von mir hochlade. Das weiß ich aber auch nicht. Und selbst wenn ich jetzt sage, nee, mache ich nicht mehr, kann es genauso gut sein, dass im halben Jahr wieder ein echtes Foto von mir oben ist. Ah ja, klar, weil man entwickelt sich ja, ne? Ja, eben. Sie können die Dinge auch wieder anders, ne? Also, ich finde, das ist immer irgendwie drin. Aber weißt du, was mir so durch den Kopf ging dazu, zu dem ganzen Thema? Es ist eigentlich eine coole Art, bei den Abonnenten die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, klar. Zeig dein Gesicht und du weißt, wer deine Freunde sind. Ich hab ja damals in dem Video dazu auch ganz klar gesagt, liebe Leute, ne, das ist mein Gesicht, damit bin ich gebogen. Ich hab nur das eine. Ja, ja. Und wenn euch das nicht gefällt, ja, dann müsst ihr halt gehen. Und deswegen hatte ich ja auch damit gerechnet, dass Leute gehen. Ist doch einfach so. Das hattest du in dem Video auch gesagt, Stürmer. Nashi, wo sollst du denn noch hingehen mit deinem Kanal? Das ist jetzt meine ich-schlag-dich-tot-Frage. Wo sollst du denn hingehen? Wo würdest du gerne sein? Ich meine, wir können ja in dem Jahr wieder ein Review machen und dann gucken, ob du dort landest. Also wenn ich jetzt so ganz größenwahnsinnig sagen würde, ich persönlich würde gerne mehr Abonnenten und Views haben als Grunk. Ähm, hätte das nur einen Grund. Und zwar, weil ich einmal möchte, dass der größte deutsche Let's Player kein Mann ist. Mhm. Das könnte ich, ich push dich, wo es immer geht, ja. Okay. Weil das fände ich auch gut. Also mir persönlich geht es jetzt nicht darum, besonders fame zu werden oder irgendwie tausende von Euros damit zu verdienen. Klar, wäre das natürlich schön, wenn das irgendwann mal tatsächlich Geld abwirft oder mich die Leute auf der Straße erkennen. Können sie mich ja jetzt nicht mehr, außer sie wissen noch, wie ich aussehe. Aber, ähm, ich fände es schon schön, wenn das auch weiter wachsen würde. Und die Leute auch weiterhin alle so nett und freundlich auf meinem Kanal sind, auch untereinander. Und vielleicht schaffe ich irgendwann doch mal... Vierstellig? Ja, also vierstellig wäre schon mal, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, da mache ich hier voll das Fass auf. Jetzt konkrete Ziele irgendwie hast du dir aber nicht gesetzt. Nö, also, einfach let it grow. Genau, konkrete Ziele sind raus bei TGN in das andere Netzwerk und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Und, ähm, für mich persönlich ist das auch so eine Sache, die läuft so lange, wie mir das wirklich Spaß macht. Sollte jemals der Zeitpunkt kommen, wo ich, ich sag mal, zwei Wochen am Stück hier sitze und denke, ne, ich will nicht aufnehmen, ähm, dann würde ich das sein lassen. Dann würde ich eine Pause ankündigen, die würde wahrscheinlich auch deutlich dann länger werden. Und wenn mir das dann auch immer noch keinen Spaß macht, würde ich es einfach einstampfen. Ne? Also, es ist einfach ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Mhm. Ein, 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 ein ambitioniertes Hobby. Mhm. Aber ein Hobby. Und ich glaube, dass man jemals den Status erreicht, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Dafür, ich will den Leuten das jetzt nicht direkt unterstellen, aber ich glaube, dafür muss man sich schon sehr Richtung Zielgruppe verbiegen. Ja. Und das möchte ich nicht. Mhm. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Oder du musst was anderes machen als Let's Plays. Ja. Beauty-Guru zum Beispiel. Oh ja, da müsste ich mich aber komplett verbiegen. Ich habe es doch mit sowas so gar nicht. Ja. Ich bin auch in dem Alter, ich brauche das nicht mehr. Bei mir wirkt die Persönlichkeit, egal wie ich aussehe. Na richtig. Das ist ja sowieso viel wichtiger als das Aussehen. Genau. Ne? Ja, finde ich auch. Herz allerliebste, Naschi. Ja, herz allerliebste, Jolina. Wir kommen jetzt zum Ende. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, dich auf meine Couch zu setzen, auf meine Couch zu setzen, zum ersten Review. Ich mache mich da gerne. Wunderbar. Ich wollte mich gerade fragen, nächstes Jahr machen wir es nochmal. Und dann gucken wir, was dann passiert ist. Von mir aus? Ach gut. Ich halte mir den ganzen Januar frei. Wunderbar. Dann trag es schon mal ein. Im Januar wieder Review. Okay. Euch da draußen, wenn ihr noch da seid und wir euch nicht tot gequatscht haben, hoffe ich sehr, dass ihr Spaß hattet. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen schönen Tag oder auch ein schönes Wochenende. Und dir, Naschi, ganz, ganz herzlichen Dank. Ach nee, willst du noch irgendwas sagen außer Tschüss? Seid nett zueinander. Das ist ein guter Rat. Ja. Alles klar. Macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.